Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Arduino Vorbereitung. Das Arduino Board ist ein kleiner, leistungsstarker Mikrocontroller, eine Open Source Plattform, hauptsächlich geschaffen, um zu lernen, zu basteln und zu experimentieren. Der leichte Umgang und das einfache Programmieren bewirken einen unkomplizierten Einblick in die Elektronikwelt. Hier zu sehen rechts ist der Arduino Uno, links zu sehen ist der Raspberry Pi. Der Arduino Uno, ca. 7 cm x 5 cm groß, mit dem Mikrocontroller AT-Mega, 328 Bit mit 16 MHz Taktfrequenz, 32 KB Flash Speicher. Es gibt 14 digitale Ein- und Ausgänge, 6 analoge Eingänge und der Arduino wird über eine USB-Schnittstelle programmiert. Es ist also ein USB-Kabel für die Verbindung zu einem PC notwendig. Ein Netzteil, z.B. 9 Volt Spannung, ist optional, ebenso Gummifüße für den Schutz. Empfehlenswert wäre es sich gleich einen ganzen Baukasten mit allem drum und dran, mit Steckbrett, LEDs, Buttons etc. zu besorgen. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück!